Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Starbound mit dem Furo, was machst du so? Und den Nuppets. Dr. Nuppets meine ich. Hallo. Ich weiß nicht. Wir fahren mal runter, oder? Folge mir, du mickriger Roboter. Ich wusste es. Ich wusste es. Schönen Planeten hast du hier ausgesucht. Ich? Ich habe keiner nichts für. Hör auf. Hör auf zu lügen. Bauen wir in die andere Richtung ab. Der fällt sonst auf mich. Ich bin schneller. Na? Das gibt's nicht. Ich mag den nicht. Der ist lila, der Planet. Ja, wir sind ja eh gleich weg hier. Hoffe ich. Uh, uh, uh. Baum, 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 Baum. Wirst du nicht mehr erkunden? Oh, oh, oh. Oh, wir können plündern. Verdammt. Oh, da kloppen sich welche. Meinst du der ist nett? Oh, jetzt nicht mehr. Oh, die holen kaputt. Oh, wie krass der ist. Der hält aber viel aus. Hau zusammen drauf. Der kann nix. Siehste, der hat schon verloren. Haha, und nichts gedroppt, der Leckzack. Hier ist ne Truhe. Nix drin. Warte mal. Lass die hier kommen. Oder? Erste Folge, zack, direkt Action, Juni. So muss das sein. Der sieht böse aus, der Pilzkopf hier. Den Pilzmann hier? Ja, guck mal, der hat uns. Boah, hinter mir! Was? Alter! Geh auf den Furobot! Wie seh ich da aus? Ich bin Pilz! Wo bist du denn? Ich bin Pilz geworden! Geh weg, Alter! Nein, du bist der Sorb, Alter! Geh weg von mir! Wie, du bist der Pilz? Ich komme hier! Ich bin der Pilz! Ich dachte schon, du bist der andere hier. Ich denk, warum haut der mich? Jetzt bin ich so ein Pilz und ich will ein Roboter sein! Ach, das geht doch nicht. Du bist noch ein Roboter bei mir angezeigt. Also, du bist noch ein Roboter bei mir angezeigt. Ich hab'n Pilz-Skill. Es geht nicht, es geht nicht. Drück mal I. Ja, aber ich will den Ball. Was? Kannst du den denn ablegen? Ja! Ja, also... Mann! Warum? Ich will auch! Jetzt bin ich komplett nackt! Warum hast du so'n dickes Schwert? Weiß ich nicht. Da drüben ist noch einer. Mach den mal kaputt. Ich bin gleich tot. Oh, wie unfair! Du bist voll der Geier! Du bist voll der Geier! So, jetzt äh... So'n richtigen Geier! Ich würde sagen, das Haus können wir ja direkt funktionieren, ne? Was für'n Haus! Das ist für mich ein Locust! Ja, können wir trotzdem benutzen, ne? Da kann man ja Kiste... Da unten, das ist schon ne Kiste, ne? Das ist ne Kiste? Ja! Die hast du gelootet, habe ich recht? Nein, da war nix drin! Ja, nachdem du dich gelootet hast! Ich schwör' auf meinen Pilzkopf! Nein, da ist ja nix mehr, du scheiß Beetle! Jetzt brauch ich mir irgendwas für Bandagen! Ja, ich... Nehm' mal Kohle mit! Oder lass' mal ein Bettchen bauen! Ich habe ein Single-Player 1 gefunden! So ne... So ne... Schubkarre, die hab' ich als Bett genommen! Oh, verdammt! Der ist schneller, der scheiß Roboter! Geht das eigentlich schneller? Willst du den Pelzhelm haben? Ne! Der Pelzhelm! Pelzhelm! Ich fände den irgendwie lustig! Ja, gib mal rüber! Aber der hat mich nicht angegriffen, ne? Wo ich so aussah! Ich hab' mit drauf gekloppt, aber der hat mich nicht angegriffen! Okay! Wie geb' ich'n dir das? Ähm... Ja! Der Crew! Wie! Ich bin ein Pilz! Hast du Bäume? Ich such' Bandagenpflanzen! Eigentlich wollte ich, dass wir die Bäume... Der tut nix! Der will nur spielen! Hat er die Kiste ganz nix! Die wollen uns töten! Hui! Ach guck mal, die... Ach, die haben doch gar nix drauf hier! Die kleinen Pelz, Alter! Haben die hier was verloren? Oh! Oh! Ich bin lab... Mann! Warte! Ich... Bett bauen erst! Ich brauch' nen Tisch! Warte, warte, warte! Ich brauch' nen Tisch! Ja, so ne Werkbank! Äh, wie war das nochmal? Äh, wie war das nochmal? Ne, warte mal! Ich würd' sagen, da hinten in diesen komischen Baum bauen wir erstmal... Wollen wir hier einfach nen Tisch hinstellen! Ja, ich brauch' erstmal Wundenplanks, dann nen Tisch... Wie krieg' ich nen Tisch denn? Ach, da oben! Ja! Ja! Okay, except! Ähm... Warte, ich bin da grad bei, das zu bauen! Ich hab' schon! Schon? Hab' ich schon! Ja, stell'n Tisch hin! Mach' ich! Dann mach' ich das hier! Jawohl! Ähm... Sieht schön aus! Hast du toll gemacht! Ich bin stolz auf dich! Wo ist denn hier das Schatzlager... Ach, da ist doch das Lagerfeuer... Kraften... Und wie kann man jetzt das Bettchen machen? Dafür brauchen wir... 15 mal Holz... Ähm... Wo ist denn die Tür? NEIN! Ja, haben wir noch nicht! Müssen wir, äh, herstellen! Mut' ich gar nicht! Alter... War das hier wieder weg, Alter! Du als Roboter, ne? Ist mir schon klar, dass du so ne kleine Bude brauchst! Aber... Ja, er müsste jetzt den Baum da fällen! Das war jetzt nicht so geil gemacht! Das ist absolut nicht schön! Da müssen wir noch mal arbeiten an deiner Baukunst! Ja, kannst von mir aus abreißen! Jawohl! Das werde ich jetzt auch... Oh... Ist das hier Cobblestone? Ja... Oh, geil! Ich bin eine Spitzhacke, deswegen baue ich das ab! Ja, ich auch! Ja, Pilz! Oh, verdammt! Das halte ich immer für'n Gerücht! Warte... Wie kann ich das denn? Verdammt! Wir brauchen, glaube ich, 10 Stück für so ne Spitzhacke, ne? Habt schon! Okay! Konntest du dir die craften? Warte mal! Wo wischen die jetzt? Aha! Wo ist die hin? Ach, da ganz hinten! Sehr gut! Dann kannst du ja schon mal hier abbauen wieder! Alles abreißen! Ja, irgendwas mal grad sortieren! Ich hab so viel Grotze grad! Da! Wir nehmen mein Raumschiff als Lagerstation, ne? Ja, von mir aus! Gut! Ähm... Das auf drei! Entschuldigung! Wo ist denn hier die... Hä? Da ist der! Was brauche ich denn noch? Wir brauchen ein paar Wundenplanks und Steine! Ey, der Planet gefällt mir nicht, ne? Mir auch nicht! Da sind schon voll die Gegner da unten! Also, das finde ich ja gut, aber... Wir machen die platt, Junge! Die haben keine Chance! Ja, dazu müssen wir... Oder wollen wir uns hier so ne Höhle bauen? Was? Wir brauchen ja erstmal nen kleinen Stützpunkt! Ich bin ein Mensch! Ich leb doch nicht in ner Höhle! Das hab ich gar nicht nötig! Alter, du hast mir die ganze Zeit die Koppelstones geklaut! W-W-W-Was? Ja, schmaß mal da welche hin! Achso, Achtung! Sollen wir ne Kiste bauen? Ich wollte erstmal ne Spitzsacke bauen! Kannst du mir mal bitte, äh... Ach, der nicht! Ja, mach ich dir jetzt! Gib ich dir jetzt! Brauch ich nicht! Schmeiß ich dir da unten! Steh runter! Ich brauche nicht mehr! Ich hab schon! Hier, guck hier! Tch! Jetzt brauche ich auch nicht mehr! Pans, Zigeuner! Ohohohoho, alter Schwede! Ey, du bist voll der scheiße Nazi, Alter! Oh, sorry! Musste mal sein! Ich bin Beatle! Spitzhacke, ne? Was können wir noch brauchen? Äh, die Hacke? Ne, wir brauchen nicht! Ach, wir brauchen jetzt noch mal einen Schmelzofen! Ja, da wollen wir Steine für, ne? Ja, da haben wir ja! Kämpfeier ist ja da oben, wie du es schon siehst, ne? Äh! Nein, 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 nein! Das ist kein Feier! Ja! Und mach mal einen Ofen! Ich versuch's grad! Und ich guck mich mal hier! Mal auch hier, ne? In der Liste! Erstmal ein Bett bauen, alter, weil... Sonst sind wir nachher... Der Möbel? Nee! Wundentable! Ach ja, da! Ich hab' ihn! Und da, was hab' ich denn denn? Hab' ich jetzt normal im Inventar, oder was? Ich glaube ja! Ja! Gute Nacht! Der Drecksack, alter! Ja, ich bin fast tot! Ey! Warte mal! So! Ich hatte deine Idee! Sollen wir uns ne Höhle bauen? Ich baue doch keine Höhle! Dann stellt sich das Bitter rein! Ja, das war der einzigste Platz... ...der noch zur Verfügung war! Hör auf! Ich bin gleich ganz... Ich bin Drecksack! Also, du müsstest ja jetzt wieder haben! Nee! Du hast das Bett, du Geier! Ja? Ja! Ja! Erzähl doch, Geier! Natürlich! Ich hab' kein Bett! Wetten wir? Ja! Ich hab' kein Bett, süß! Ist klar! Das ist schon wieder Ärger, ne? Ich wusste es! Der braucht ne Hake, ne? Ja, ich weiß! Weil, äh... Fleisch müssen... ...brauen wir nen Bogen für! Da ist da mal nen Haken an der Sache! Boah! Schön lieb! Oh, Alter! 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 Töte die! Töte die! Ich war's Maschinen-Güber! Töte sie! Boah! Oh, hat schnell das Loch zugemacht! Oh, geil, wenn mir die jetzt ersticken würde! Drecksvogel! Drecksvogel! Kann man hier... Wie kann man nochmal so ganz vorsichtig abbauen? Aha, okay! Bauen wir mal Pfeil und Bogen! Dann machen wir den alle! Ich versuch's gerade! Da brauch ich aber... ...diese komische Tentakel! Nein! Guck mal! Juhi! Ja, was willst du machen, hä? Hä? Im Tricksack! Ja, wieso? Du gehst doch sonst drauf, wenn er da hochspringen sollte! Ja, das... Das hast du da von... Oh, Scheiße! Alter! Ich werde niemals sterben! Ich komm nicht ran! Nice! Hast du jetzt das Gewehr von der? Ne, die lassen ja nichts droppen, die Affen! Guck doch mal! Vielleicht hast du das ja doch! Nein, hab ich nicht! Hab ich gerade gesehen! Och, Manu! Och, Manu, ey! Du kannst auch nix, ey! Oh, ne Scheiße! Du hast ne Fehlkonstruktion! Ja, hast du sowieso! Ich weiß, du hätt' ich das gewusst, ne? Ich hätt' dich auf'n Schrott gebracht! Oh, ey! Komm mal her! Komm mal her! Kann ich! Wir müssen zusammen kämpfen! Ich bin wieder am Kämpfen, ne Idiot! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Haben sie voll die Gewehre, wa? Ja! Und ich bin Pilz! Oh! Ich hab' was Gutes gefunden! Alter! Lock die doch nicht an, ey! Du machst das schon! Oh! 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 Ich bin gleich tot! Scheiße! Jetzt hab' ich irgendwo anders aufgeklinkt! Ich bin tot! Hau drauf! Hau drauf! Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Ich hör' die nur Ballade, Alter! Oh! Oh! Die Wiedergeburt ist ja mal lustig! Du bist der Gag-Burin, Alter! Lässt er mich einfach draufgehen! Lässt er mich einfach draufgehen! Ja! Ist Hardcore-Modus, ich hab' nichts mehr! Ja, ist klar! Haha! Ich komme! Nein! Ich rette mich, weil du es ja nicht kannst! Oh! Ah! Hilfe! Oh! Scheiße, ich bin auch tot! Oh, was für... Mann! Was für ein Kack-Planet sind wir hier gelandet! Naja, ich find' das geil! Du kriegst direkt voll den Loot! Aua! Aua! Mhm! Du kriegst direkt voll den Loot! Ich bin tot! Das hast du davon! Alter, die macht voll in den Schaden, ey! Die Schalambe! Ja, die sind übel, sind die! Die sind richtig müde! Ja, mit denen wir schwert hier, die Schalambe! Ich komme! Wie, die lebt noch? Ja, ich hab' die ausgeputtelt! Hat die mich angegriffen? Auf mich greift sie nicht an! Stürf! Du bist doch ein Pilz, Mann! Lass' erst mal hier die Kohle abbauen! Das ist mir da zu gefährlich, da hinten! Ach du Geier, Alter! Nee, hä? Hä? Wo kommt die Hände? Ich dachte schon an der Häsler! Ist das nicht falsch? Nein! Aua! Der schlägt mich, ey! Boah, hast du das Bett noch irgendwo? Ja! Hau den mal hier, ey! Ich bin so gut wie tot, halt! Bau den mal hier fest ein! Äh, mach mal das Loch zu! Oh, oh! Mach mal das Loch zu! Ich hab' mir erst gedacht, wenn's mir das noch ein Pilzkostüm hat! Hab' ich auch noch gedacht! Wir loschen die alle aus, aber wenn wir das noch ein Pilz wieder klopfen! Hau da draußen, Alter! Aua! Vier abgezogen! Ich bin Master! Noch nicht ganz! Der ist gleich tot! Ah, ist denn da passiert? Ah! Ich hab' ihn erledigt! Oh, oh! Oh, oh! Nee, die tun nichts! Die sind lieb! Ah, Gott sei denn! Die wollen nur spielen! Das hätt' ich jetzt überhaupt nicht brauchen können! Ah, geil! Ah, hier ist unser, ähm, nennen wir's mal Haus! Ja komm her, hier ist das Bett! Ich dachte, hier bauen wir unser Bett! Ja, ich würd' mich erst mal hier drin niederlassen! Ja, ich würd' mich erst mal hier drin niederlassen! Bauen wir mal alles ab und tun mal hier alles rein! In dem Krug! Ja, wir brauchen das denn! Hätt' du da in diesem Buschhaus drin! Ja, ja, in diesem Krug! Ja, dann baue ich das alles ab! Ja! Oha! Oha! Die sind immer noch da, hab' ich recht! Lol, ich hab' gerade deinen Dingstisch abgebaut und hab' die Quest erfüllt! W-w-w-w-wass? Jis! Was ist los?! Böse! Böse! M psi! Jesus, die kommen hier hin! Ah! Ich muss hier hintern gehen! Ne, die kommen doch nich! Alter, ey. Doch, die kommen nicht! Die kommen nicht! Warum ich? Ich war das nicht. Das war dieser Schatzroboter. Lass mich hier ruhen! Lass mich hier ruhen! Lass mich hier ruhen! Lass mich hier ruhen! Das ist sicherlich gesperrte Idiot! Ich bin tot! Ernsthaft? Ja, der hat mich voll weggebächt, Alter. Wir müssen nur an unser Maschinengewehr rankommen. Dann wäre ich schön zusammengesetzt. Ach, Schwein! Ich sagte, du bist eine Fehlkonstruktion. Ich hätte doch nicht, wenn du 7 draufmachen sollen. Ja, Mann. Ich bin wie EA, Mann. Ich bin Buggy. Alter, der haut aber ganz schön. Aua! Toll, jetzt kann ich nicht mehr hauen. Saus einfach Ruhe! Nee, nee, ich will ihn töten. Ah, ich komm nicht dran. Darf ich jetzt erstmal die ganzen Klamotten aufstellen? Hau drauf! Hau drauf! Ach, der haut mich. Lass ihn doch! Lass ihn doch! Der macht doch nichts! Der will nur spielen! Oh, hast du ihn erwischt? Nee, er hat mich erwischt. Ah, Alter! Ja! Schade, dass die nicht... Oh, oh! Boah, ist das ein Drecksack! Oh, nein! Das wollte ich gar nicht! Scheiße! Kümmer dich mal um den! Um den was? Wie? Um den da! Boah, ich hatte ja mal eine Diamant-Axt, ne? Boah, das Ding war so geil! Kohle? So, ich wollte jetzt aber wieder unser ganzes Ding aufbauen hier. Wo ist das hin? Was denn? Das hast du kaputt gemacht. Oh, jetzt ist alles im Arsch, oder was? Oh, dann gehoffte ich das eben. Ja, mach das! So, ich habe hier... Das brauche ich! Aber der Planet ist ziemlich roststoffarm, ne? Ah, wieso? Wir haben noch nichts gemacht! Ne, das ist es ja! Doch, gestorben zweimal schon! Dreimal, glaube ich sogar! Ha, du Kack-Buhn! Okay... Ah! Was ist los? Man sollte nicht im Inventar gucken und rumlaufen! Geh mal, spring mal wieder nach oben, bitte! Alter, du Pisser! Ich wollte nur nach oben, Mann! Ich habe doch gesagt, spring nach oben! Und du wolltest den Rest mir! Arschloch! So, hier, warte, hier ist das Ding ins Table! Nein! Zack! So, jetzt, warte mal! Alter! Was brauchen wir? Du kleiner Pisser! Ich komm... Ja, jetzt habe ich ihn! Ich glaube, wir hätten nicht von vornherein da angreifen sollen! Bitte was? Du hast mich angegriffen! Jetzt sind ja alle pisst auf uns! Ne, das waren ja nur die! Die Vögelchen! Ne, wir haben ja von vornherein... Wir kamen ja auf dem Planeten, haben die angegriffen! Das kann nicht wahr, wir sind friedliebend! Also ich zumindest! Lass mal in die andere Richtung laufen, weil... Aber Moment, ich leg mich erstmal hin! Du weißt, dass das ein Baum ist! Kann man das irgendwie zerstören hier? Da geht doch! Gute Nacht! Oh, was ist denn da los? Du machst das schon! Sieße! Ich ging mir voll auf den Sack, Alter! Lass mal den Planeten ein bisschen erkunden, am besten, oder? Ja, warte... Hier geht das nicht okay... Aber lass in die andere Richtung laufen, wo nicht so viele Feinde sind! Hä? Warte, ich komm mal wieder... Ah... Hm... Hm, ja, hm... Genau... Hm... Voila! Stone Axt... Okay... Das ist das, was ich brauche? Weiß ich nicht... Was hast du denn da? Pflanze! Achso, kann sein... Nee... Warte auf mich! Wollt sie... Wollt sie hier hoch, oder was? Ja, ja... Warte eben... Na, da brauch ich noch... Koppel... Hast du noch Koppelstone 2? Äh... Ja... Gib mir den mal... Warte... 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 Ich hab mich jetzt irgendwo hingeschmissen... Ja, ich hab ihn bekommen... Danke dir... Oh, jetzt... Aber nicht nur ein... Zwei... Das waren doch alle, die sich treffen... Das... Hast du gut gemacht... Warum musst du eigentlich essen? Hm... Ja, ne? Also bis jetzt noch nicht... Oh, mei, mei, mei... Ich erfriere gleich... Haha... Jetzt komm ich hier ernsthaft nicht mehr hoch... Haha... Du, kak nu... Danke dir... H Jahre... Kai, kaka...